Hey Leute, willkommen zurück zu SOMA, dem Unterwasserspielchen. Ja, wir haben ein wenig in Catherines Privatunterlagen gestöbert. Ein paar Höschen haben wir mitgenommen als Souvenir. Nein, natürlich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall etwas mehr erfahren über diese Station und die Bewohner. Dass die sich einfach abgemurkst haben. Also selbst. Nicht gegenseitig, hoffe ich doch. Die haben sich ins Archiprojekt laden lassen und dann sind sie einfach aus freien Stücken gestorben. Die Laboratorieterminale haben Kontakt mit dem Hauptrahmen verloren. Wir müssen den Rechner hinterher resetten. Nehmt dich, ich will es sich umschauen. Blatt da abstürzt, was ist dann? Dann war es das auch. Von daher Mensch sein, auskosten, solange es geht, oder? Beziehungsweise immer wieder den Scan aktualisieren und dann, wenn man wirklich halt stirbt, dann ist es natürlich ein Todes oder auch nicht. Und dann kann man ja sagen, okay, ich möchte nur ein bisschen leben. Und dann vielleicht auch selbst bestimmen, wann man abtreten möchte. Oh Gott, mir gefällt es dir gar nicht, ne? Hi. Ist das jetzt einer von den guten KIs? Wie das aussieht, ne? So ein bisschen Bio-Schrott. Bio- Bio-mechanischer Schrott einfach mal. Obala, falscher Knopf. Da hat irgendwas gegengehämmert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Lust darauf habe, hier gegen... Ne. Erstmal nicht, Kinder. Erstmal nicht. Okay. Was zur Hölle? Es gibt doch noch Menschen auf der Station, aber... Oh Gott, wer will so leben? Ganz ehrlich. Wer will so noch leben? Hat sie da so geschrien, oder war das was anderes, was... gefährlich ist? Weil sie scheint ja nicht gefährlich zu sein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich... Geh mal weiter, ja? Ich will da nicht rein. Da hat jemand gegen die Tür geschlagen. Ich habe geschrieben. Nein, nein, nein. 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 Oh, nee, komm. Ihr fängt schon wieder an, an der Nase zu jucken, Leute. Immer, wenn ich nervös bin. Ah, da vorne läuft's. Seht ihr? Ihr seht vielleicht nicht, es ist sehr dunkel und ich habe nur kurz eine Silhouette gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Wow, Sackgasse. Oh, nein. Nein. Ich weiß, das ist eine Sackgasse, aber ich muss mich verstecken. Was ist das? Irgendein Vieh. Ich muss nichts anrempeln hier. Yes. Ich bin irgendwo. Und das ist gut, weil das ist nicht da, wo das Vieh ist. Oh, nein. Netzwerkfehler. Uh. Nein. Ah, nein, nein, nein. Zieh mich bitte nicht. Uh. 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 Ah. Oh, yeah. Ah. 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 Habe ich gesehen! Habe ich gesehen! 30 Sekunden. Okay. Kacke Oh Gott, das ist schon wieder ein Toter. Was? Abgestürzt? Oder was? 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 Oh wow, ich habe wieder ab. Hau da ab, Mensch! Ach ne, der steht jetzt hier rum. Hallo? Oh! Nicht rennen. Eilig, aber nicht hetzen. Oh Gott! 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 Hau ab jetzt! Komm! Komm! Oh Gott! Oh Gott! Zurück! Ach so, der Schalter! Ich bin so ein Eumel, ne? Kommt euch noch online! Kommt euch noch online! Scheiß Stuhl! Komm! Ich laufe jetzt einfach! Ich gehe einfach her! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich humpel ein bisschen, aber ist alles gut. Hab mir bei der Peliküre nur ein bisschen den Fuß verstaucht. Okay. Ich hau ab hier, das ist ne... Ne, 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 ne! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Dieses Vieh! Ein Klumpen auf zwei Beinen. Muss nicht sein, ne? Ich höre es immer noch nicht. Oh, ist es da jetzt auch, oder was? Oh, Kinder! Oh, ist es da jetzt auch, oder was? Oh, Kinder! Oh! Oh, ist es da jetzt auch, oder was? Oh, Mann! Leider nicht geil. Also im Sinne von, es gruselt mich. Oh, Mann! Ich muss wieder runter, ne? Ja gut, das war ja unten. Oh, meine Fresse! Also hoffentlich kommt mir das Vieh nicht hinterher. Das war eben ganz schön unangenehm. Vor allem, was war das? War das mal ein Mensch? So wie die anderen, die da hingen, die beiden? Die drei? Werden die auch zu sowas? Oh, dann wäre es ja echt besser, man erlöst sie auf irgendeine Art. Also Kabel ziehen, Stecker ziehen, raus, fertig, tot, buch, aus, Ende. Das ist dieses Wow auch. Das vergrätzt alles hier. Ne, da war es nicht. Da war es, ne? Die könnten echt mal diese Sicht hier... Es ist anstrengend, ehrlich gesagt. Ja, mach ich. Sehr gut. Lade Umgebungsdaten. Es sollte eine Liste von Leuten geben. Mal sehen, ob es jemanden gibt, der eine Sicherheitssignisse. Okay. Chinesisch. Sichuan. Delta-Flüchtling. Robotertechniker. Er arbeitet jetzt für Strohmeier. Noch so ein beschissener Kontinuitäts-Selbstmord. Strohmeier hat mich wieder aus meinem Labor ausgesperrt. Äh... Wie viele Chinesen hier sind, ne? Komorebi. Maggie. Wir sehen uns so ähnlich. In einem anderen Leben wären wir bestimmt beste Freundinnen. Polnisch. Äh... Wolczek Heather. Sie half mir, das Wellenleck vom Helm zu schneiden. Wenn jetzt irgendjemand irgendwas bringt, dann eventuell die Abmilderung des Hangovers nach dem Scan. Stresky Peter ist Englisch. Okay. Stresky war immer fröhlich und lustig. Und Alice Costa ist kanadisch. So wie wir. Wie Simon. Sagt er, sie würde beim Bau der Arche helfen, nicht aber bei ihrem Transport nach Peer. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir ihn mal, oder? Er ist Robotertechniker. Vielleicht weiß er was. Sehr promisant. Ich werde ihn einfach aufladen und den Simulator gehen. Da sind wir. Was genau tun wir? Wir werden einen Gespräch mit Mr. Wan. Use den Computer, um die Simulation zu aktivieren. Okay. Strand. Skihütte. Ich weiß ehrlich, das ist gar nichts. Das war nicht so schlecht. Der Stromart hat mich wirklich aufgeworfen. Was? Das ist das? Was ist das? Wo bin ich? Alles ist okay, Mr. Wan. Just relax. Dr. Chan? Was ist das hier? Ich hab keine Zeit, um zu erklären. Ich muss mir die neue Sicherheitsgefahr. Warum machst du das? Ist das ein Trick? Ich habe keine Art. Das ist für mich. Ich versuche zu retten den Arche. Nein, du liebst. Das ist alles eine Lieche. Schau an das Ort, das ist eine verdammte Lade. Geh mich aus hier, Charo! Schau deine Töne in! Wir haben den Mann nur in das Leben gebracht. Ich meine, er ist ein perfektes Scan. Er ist für den Ark. Er ist ein echtes Problem. Und wir haben ihn ausgewählt. Wir haben es wieder weggebracht. Ich dachte wirklich, das würde funktionieren. Vielleicht können wir es wieder versuchen. Strand. Machen wir das mal. Kann ich den nicht wieder runter nehmen? Dr. Chun? Ich höre deine Sprache, aber es gibt niemanden hier. Es gibt niemanden hier. Dreckig. Es ist zu leer. Es ist etwas wirklich falsch in diesem Ort. Es ist nicht echt. Das ist nicht echt. Ich muss raus! Tja, und genau so wird es auch mit der Arche passieren. Können wir ihn einfach leben, bis wir den Cypher haben? Je länger er sich an das Computermodell befindet, desto mehr wird er auf ihn gehalten. So? Was ist falsch mit dem, dass er ihn ein bisschen inzulassen hat? Es würde ihn verrückt werden. Also lass uns die Session kurz halten und die Suffern zu einem Minimum. Okay, dann halt so. Das war nicht so schlecht. Der Stromau hat mich wirklich ausgeworfen. Bastard. Was? Was ist passiert? Woher ging alle? Herr Wan. Chun? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen. Es gibt nichts hier. Es ist okay. Es ist alles Teil des Scans. Nein, nein, nein. Das ist eine Lüge. Du lachtest. Okay, calm down, Herr Wan. Nein, 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 nein. Warum hast du das mit mir gemacht? Ich vertraute dich, Chun. Ich vertraute dich! Wow. Ernsthaft. Und wie machen wir das? Wie machen wir das? Haben wir irgendwo noch ein paar Sachen zum Scannen? Ich meine... Zum Eingeben in diese Teile. Hm. Mal gucken. Äh... Okay. Komprimierter Nakajima-Norograph. Testperson Imogen Reed. Guy Conrad. Aha. Ist noch nicht gestorben. War noch nicht gestorben. Englisch Nordengland. Okay. Wassergefüllter Stahltank. Sensorischer Begrenzer. Übertragung abgelehnt. Effekte Dateien. Scanraum. Ähm... Versailles? 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 Versäglicher Außentest. Hervorragend. Daten von WOW rekonstruiert nicht verwenden. Angewendet auf Arche. Bessere Fortführung. Nicht... Für Arche nicht notwendig. Hm. Ich muss wohl Versailles. Auch wenn da steht, es ist rekonstruiert. Wir sollen es nicht verwenden. Geht nicht. Was? Ist bereits auf Chip enthalten. Habe ich doch den Scanraum. Dann nutzen wir halt mal den Scanraum. Wenn sonst nichts geht, dann seht ihr, wenn ein Licht angeht. Ich würde mich gerne heilen. Ich renne die ganze Zeit hier so verletzt rum. Wo ist denn nochmal so ein WOW Teil? Na... Die Farben vor allem. Diese Farbverzerrung. Die ist ein bisschen anstrengend. Aber gut. Sieht ja nett aus. So. Tipp 2. Ist das Mikro gar mal ein bisschen. So. Scanraum. Dann versuchen wir das eben. Wenn wir sonst nichts mehr haben. Ich hätte vielleicht eine andere Person nehmen sollen. Die Farben sie tun. Ein Ding. Stogele oh, ich bin echt auf. Bastard. Bastard. Schon wieder. Töne rum. Frau importantes! Das Schuss ist fertig. Bist du okay, Herr Wan? Christian? Wo ist Alice? Sie hat weg. Herr Wan, ich brauche dich zu mir den neuen Sicherheitskiffen. Was? Warum? Warum? Diese nicht. Das ist die Trick. Nein, das ist okay. Das habe ich gesagt. Da können wir nicht gefordert. Ich habe gesagt, nichts von uns ist real. Aber du wirst mich nicht verbrechen, wow, du hörst mich? Du wirst mich nicht verbrechen! Wie viele Zeiten werden wir das tun? Komm schon, Simon, nicht jetzt! Und wir sehen uns wieder zu Soma! Dem Unterwasser-Abenteuer oder so.